Globalisierung, Wirtschaftswachstum und technischer Fortschritt. Überall auf der Welt spielt der tägliche Bedarf an Flüssigkeiten eine immer größere Rolle. Die fortschreitende Industrialisierung verlangt nach zuverlässigen und hochwertigen Pumpensystemen. Pumpen sind unser Geschäft. Wir sind Rohrpumpen. Rohrpumpen – ein innovatives und leistungsfähiges Unternehmen. Wir bieten den Betreibern von Pumpensystemen weltweit eine breite Palette erstklassiger Produkte für den Einsatz in Rappinerien und der Petrochemie, Anlagen zur Energiegewinnung und Wasserversorgung. Rohrpumpen gehört zur Gruppe Cooperation EG, gegründet 1979 als kleine mechanische Werkstatt. Umfangreiche Investitionen, Produktentwicklung und eine gezielte Ausrichtung auf Kundenbedürfnisse machten aus den Unternehmen einen Lieferanten von Kreiselpumpen für den Weltmarkt. Eine eigene Gießerei und mechanische Fertigung sowie Service Center an den Produktionsstandorten vervollständigen unser Angebot. Die Rohrpumpengießerei verfügt über modernste Induktionsöfen und kann im No-Bake-Molding-Gießverfahren nahezu alle geforderten Materialien herstellen. Von Grauguss, Sphäroguss, kohlenstoffarmem Stahl über austenitischem bis hin zu ferritischem, martensitischem, rostfreiem Stahl. Mit den letzten Erweiterungen wurde die Gießkapazität auf ein Bruttogewicht von 7.000 kg erhöht. Für die mechanische Bearbeitung stehen bei Rohrpumpen mehr als 110 CNC-Maschinen zur Verfügung. So verfügen wir über alle Voraussetzungen als weltweit anerkannter und zuverlässiger Hersteller von Kreiselpumpen. Unternehmerisches Denken hat Rohrpumpen dorthin gebracht, wo es heute steht. An die Spitze. Und dieses Unternehmen wird weiter wachsen. Die Rohrpumpen-Fertigungsstandorte und Service-Standorte sind strategisch ausgerichtet und garantieren damit weltweite Präsenz. Unsere Fertigungsstandorte befinden sich in Witten, Deutschland, Cairo, Ägypten, Tulsa, USA, Moneray, Mexiko, Buenos Aires, Argentinien. Zwei weitere Produktionsstätten werden demnächst eröffnet in Sao Paulo, Brasilien und Chennai, Indien. Rohrpumpen besitzt ein weltweites Netz von Vertriebsbüros. Rohrpumpenprodukte sind gefragt und besitzen sowohl in Deutschland als auch international ein hohes Ansehen. Wir haben zufriedene Kunden in mehr als 90 Ländern. Engagierte und hochqualifizierte Mitarbeiter sind die Basis für das straffe und leistungsfähige Management und eine verantwortungsvolle Finanzpolitik. Ständige Neuinvestition ist bezeichnend für das unternehmerische Denken bei Rohrpumpen. Mit dem profunden Know-how von 1600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gehören wir zu den führenden Pumpenherstellern der Welt. Hauptsächlich aber natürlich nicht nur liefert Rohrpumpen an, die Öl- und Gasindustrie, Energiegewinnung, chemische Industrie, Wasserwirtschaft. Eine große Palette an hochwertigen Pumpen erfüllt alle Anforderungen unserer Kunden. Förderhöhen bis zu 2450 Metern und Fördermengen von bis zu 68.000 Kubikmetern in einem Temperaturbereich von über 400 Grad Celsius bis zu Tiefkalten minus 196 Grad Celsius sind kein Problem. Unser Angebot umfasst Pumpen für Raffinerien und petrochemische Industrie, Pumpen für Ölfelder und Pipelines, Abwasserpumpen, Pumpen für Energiegewinnung und Kühlwasserpumpen, Pumpen für die Wasserwirtschaft, Feuerlöschpumpen, Pumpen für die Wasserversorgung und ein komplettes hydraulisches Decoaking-System. Der Anspruch, ein Weltklasseanbieter von vertikalen und horizontalen Pumpen, Zubehör und Service zu sein, verpflichtet uns zur ständigen Weiterentwicklung und Verbesserung unserer Fertigungsprozesse. Die hohe Qualität unserer Produkte ist das Ergebnis kontinuierlicher Forschung und Entwicklung. Alle unsere Produkte entsprechen den hohen Anforderungen entsprechender Normen und Standards die ISO 9001, API, ANSI und Hydraulic Institute. Um alle Forderungen unserer Kunden zu erfüllen, werden die meisten unserer Pumpen vor der Auslieferung getestet. Dies geschieht auf Prüfständen für die volle Fördermenge und Förderhöhe und mehr als 7500 Kilowatt bei 50 und 60 Hertz. Unter Einhaltung strenger Auflagen können Leistungstests, NPSH-Tests, Vibrationsanalysen, Geräuschpegel- und Lagertemperaturmessungen und Druckproben durchgeführt werden. Ruhepumpen besteht nicht nur aus Gebäuden, Maschinen, Kapital und Strategien. Unser größtes Vermögen ist unsere Belegschaft. Ihr engagierter Einsatz bedeutet den direkten Erfolg für das Unternehmen. Wir arbeiten in einem Umfeld, das die Entwicklung jedes Einzelnen fördert und wir wollen die Anforderungen noch übertreffen. Das Ergebnis ist die Qualität und Wettbewerbsfähigkeit, wie sie die internationalen Märkte von uns verlangen. Die Philosophie von Ruhepumpen ist es, unseren Kunden einen umfassenden Service zu bieten. Unsere technischen Abteilungen stehen jederzeit mit Rat und Tat zur Verfügung. Unsere Leistungen umfassen die richtige Auswahl der Pumpen, Montage, Service und Instandhaltung. Ruhepumpen unterstützt Sie mit Serviceeinrichtungen weltweit. Witten, Deutschland, Chicago, Baton Rouge und Houston, USA, Kairo, Ägypten, Buenos Aires, Argentinien, San Luis Potosi, Celaya und Monterey, Mexiko. Weitere Servicecenter befinden sich in der Planung. Hier wird nicht nur repariert, sondern wir bieten auch Service direkt auf der Baustelle. Vom einfachen Vibrationstest über die komplette Montage bis zur Schulungen von Personal in Bedienung und Wartung von Pumpenanlagen. Wir bieten echten Service weltweit. Für unsere eigenen wie auch Pumpen anderer Hersteller, egal ob mitten im Ozean oder an anderen entliegenden Orten der Welt. Ruhepumpen – die Spezialisten in Pumpen weltweit. Ständig auf der Suche nach Produktweiterentwicklung und Verbesserung. Qualität, Service, Kompetenz, Innovation und Wettbewerbsfähigkeit überall auf der Welt. Unsere Kunden können bei jedem Projekt auf uns zählen. Wir sind Ruhepumpen. Die Pumpenspezialisten. Sheimler.